Hallo bei BILDNER TV. Ihr wollt eine eigene Webpräsenz im E-Commerce? Unser Experte Bernd zeigt euch heute die Vor- und Nachteile der verschiedenen Möglichkeiten. Los geht's! Willkommen bei BILDNER TV, eurem Kanal für praktische Tipps zum digitalen Leben. Bei mir wieder Bernd, unser Experte zum Thema E-Commerce. Wir haben ja schon zwei Folgen gemacht zu diesem Thema und jetzt sind wir soweit. Wir wollen eine eigene Webpräsenz und wollen diese selbst erstellen. Wie gehen wir jetzt damit vor? Hallo Christian, heute wird es konkret. Das heißt, wir haben uns entschlossen, wir bauen eine Webpräsenz auf und wir wollen es möglichst stressfrei machen. Es soll ja nicht ein halbes Jahr dauern, wir wollen möglichst schnell irgendwo einsteigen. Da fangen wir mal beim untersten Level an. Das ist so eine eigene Webpräsenz mit einem Cloud-Service. Ich erkläre da mal so kurz die verschiedenen Levels, die es in Ihnen für eine Webpräsenz gibt. Fangen wir mal hier an bei einem Website-Baukasten in der Cloud. Was heißt das? Also ein Website-Baukasten heißt, ich muss da nichts runterladen. Ich muss da keine komplizierten Programme lernen, sondern ich kriege im Grunde genommen ein schlüsselfertiges Angebot von einem Dienstleister, der sagt, ich biete dir an www.meinshop-irgendwas.de, das suche ich mir raus. Dem Dienstleister gebe ich ein paar Euro pro Monat und dann habe ich einfach ein schlüsselfertiges System, wo ich dann sagen kann, hier kann ich so mich ein bisschen präsentieren. Kosten ungefähr für sowas? Ja, kommt es auf einen Anbieter an. Also gängige Anbieter sind sowas, gibt es da so Jimdo, Wix, das sind so Baukastenanbieter und die liegen so um die 5 bis 10 Euro pro Monat ungefähr. Je nachdem, welche Funktion ich haben will, kostet es ein bisschen weniger oder mehr. Und da habe ich halt wirklich den Vorteil, ich muss mich jetzt nicht um sowas kümmern wie Updates, Sicherung, das machen alles die Baukastenanbieter für mich. Ich muss halt so meine Waren hochladen, ich verkaufe sie dort aber nicht, ich präsentiere die erst mal. Shop geht auch, aber das muss ich dann auch wieder mit Zusatzfunktion bezahlen. Also diese Baukästen sind erst mal super gut, um zu sagen, hey, ich habe jetzt nur einen Nachmittag Zeit, ich will mal anfangen und ich mache das auf die Schnelle. Also da ist das so, dieses Level 1 Baukastensystem einfach das, wo ich sage, da komme ich recht schnell voran. Okay, hört sich ja gut an. Also gibt es da irgendwelche Einschränkungen, weil es hört sich so einfach an. Wird es ja jeder machen, oder? Machen auch viele, aber natürlich, klar, ich muss halt in irgendeinem sauren Apfel beißen. Also wenn ich jetzt ein Baukastensystem habe, dann habe ich jetzt natürlich für manche Spezialsachen, bin ich eben eingeschränkt. Ich habe halt ein Gerüst und innerhalb von diesem Gerüst kann ich mich bewegen und kann halt irgendwelche Features nutzen. Wenn ich mehr haben will, dann brauche ich so die selber gehostete Website. Okay. Was sind denn das für Einschränkungen konkret, wenn jemand an sowas Interesse hat? Wenn du sagst, okay, wäre jetzt für mich interessant, aber Einschränkungen heißt ja vieles. Vieles zum Beispiel die technische Einschränkung. Also wenn ich jetzt selber eine Website hoste, dann gehe ich zu so einem Hosting-Anbieter und sage, ich gebe dir Geld dafür und bekomme dafür noch nicht die fertige Website, sondern so einen Webspace nennt sich das, einen Platz, wo ich meine Website hochlade. Ja, einen Bauplatz. Einen Bauplatz, genau. Und da habe ich auch mehr Möglichkeiten zum Beispiel, dass die Geschwindigkeit von der Website angeht. Also die Geschwindigkeit von der Website ist ja schon wichtig. Der User will nicht warten, bis sich die Website aufgebaut hat und die Suchmaschine will auch nicht warten. Also eine Website, die so ein bisschen dauert, bis sich aufgebaut hat, rankt dann in den Suchergebnissen bei Google etwas weiter unten. Habe ich jetzt so einen Cloud-Dienst, habe ich da wenig Einfluss drauf. Okay. Also wenn ich jetzt einen Cloud-Service habe. Cloud-Service heißt Baukastensystem. Heißt Baukastensystem und die Website liegt dann bei einem Anbieter, wo ich selber nicht ganz genau bestimmen kann, auf welchem Server liegt die denn. Ja. Wenn ich jetzt bei einem Anbieter was miete, also nur den Webspace und baue selber, habe ich da einfach mehr Einflussmöglichkeiten. Ich gehe jetzt hier auch mal so in der Folie weiter. Das war jetzt nochmal so der Vergleich. Website-Baukast in der Cloud. Ich muss mich wenig um Technik kümmern. Ja. Ich komme sehr schnell voran, aber ich bin zum Beispiel, was die Ladezeit der Website angeht, so ein bisschen eingeschränkte selber zu bestimmen. Okay. Im Gegensatz dazu eigene Website bei einem Hoster. Ich miete einen Webspace, kann dann eben auch sagen, ich nehme so einen günstigen Webspace oder einen teuren Webspace, baue mir das selber auf und habe dann eben auch mehr Möglichkeiten, was so Ladezeiten angeht, zu sagen, ich optimiere das nochmal so, dass die Website wirklich ganz schnell auch geladen wird. Okay. Also Geschwindigkeit ist der große Vorteil, wenn man so etwas in eigener Regie macht, auf einem eigenen Webspace, wie du gesagt hast. Ja. Vergleich dazu zu so einem Baukastensystem. Hängt natürlich jetzt wieder vom Hoster ab. Also wenn ich jetzt einen Hoster habe, der das sehr billig anbietet, so 10 Websites für 1,99, das funktioniert dann auch nicht unbedingt so schnell. Aber wenn ich jetzt sage, ich will ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen, dann habe ich hier beim Hoster mehr Möglichkeiten. Und natürlich auch, also ein sehr bekanntes System ist ja WordPress, ist ja so das Haupt-Website-Bausystem. Und wenn ich jetzt WordPress selber hoste, das heißt, ich brauche ein bisschen technische Kenntnisse. Ich muss das von WordPress, von der Seite WordPress.org herunterladen. Dann muss ich ein FTP-Programm benutzen können, muss es wieder hochladen. Also sind schon gewisse technische Sachen notwendig, aber dann habe ich die Möglichkeit, eben dieses System auch mit sehr vielen Funktionen zu erweitern. Die nennen sich Plugins. Ich kann also sagen, ich wähle aus mehreren tausend Plugins und baue mir wirklich die Website genauso zusammen, wie ich sie brauche. Was kostet dieses WordPress? Das WordPress selber ist kostenlos. Das heißt, das kann ich mir runterladen. Was ich dann bezahlen muss, ist eben der Webspace bei dem Hoster. Also der Bauplatz sozusagen. Genau, der Bauplatz, dann installiere ich das. Und dann ist es halt wieder die Frage, was will ich jetzt so genau machen? Also manche dieser Funktionserweiterungen, die sind kostenlos. Und für andere muss ich dann, naja, so im Halbjahr so ungefähr 50 bis, ja gut, bei teuren auch schon mal 200 Euro bezahlen, um hier nochmal spezielle Funktionen nutzen zu können. Aber ich habe eben mehr Flexibilität als jetzt bei so einem Cloud-Anbieter, wenn ich mein WordPress selber hoste. Eine kurze Frage dazu, was heißt das eigentlich beim Hoster die Website aufzuspielen, die eigene mit WordPress? Muss ich da programmieren können, um das hinzubekommen oder klappt das auch so? Nein, du musst also nicht programmieren können. Programmieren ist wieder ein ganz anderes Level. Das ist definitiv nicht erforderlich. Aber was du machen musst, du musst WordPress installieren. Okay. Das heißt, kann man so einfach oder muss man das? Ja, also man braucht ein gewisses Know-how schon. Man scheitert auch mal bei der ersten Installation. Bei der zweiten oder dritten klappt es dann. Das ist eben der Unterschied auch zwischen einem Cloud-System, wo ich sage, das ist schon installiert und einem Bauplatz, den ich mir miete bei einem Hoster, wo ich eben selber was installieren muss. Okay. Dann sollte das auch in jeder hinbekommen, wenn er ein bisschen Interesse an den Himmel hat. Mit etwas Hilfe und Interesse und beim dritten Mal klappt es dann. Übrigens, wenn ihr ein bisschen mehr zu diesem Thema wissen wollt, über die Grundlagen des E-Commerce, wie man richtig einsteigt und so weiter, dann werft doch mal einen Blick auf das Buch von Bernd Schmidt bei uns im Webshop E-Commerce So geht's. Und wer dieses Buch gewinnen möchte, der kann das ganz einfach machen, indem er einen Kommentar bei unseren Videos hinterlässt. Dann nimmt er automatisch an der wöchentlichen Verlosung teil und er kann sich ein Buch aus unserem Verlagsprogramm kostenlos aussuchen. Ja, Bernd, Level 3, wie geht's weiter? Wenn ich mich jetzt entschlossen habe, ich möchte eine eigene Website, entweder als Baukosten oder mit WordPress, ich möchte aber vielleicht doch ein Stück weiter gehen und auch einen eigenen Online-Shop haben. Was kann ich da machen? Auch was verkaufen. Okay, dann schauen wir uns jetzt mal hier das Level Nummer 3 an. Also wir hatten ja Website in der Cloud, dann hatten wir Website beim Hoster und der Level 3, das wäre jetzt, wir haben eine eigene Website und haben an dieser Website noch so einen Cloud-Shop dran. Das heißt, der Shop ist nicht selber aufgebaut, sondern wie bei der Website auch, ich beziehe einen schlüsselfertigen Shop. Also wie du bei der Cloud-Website? Genau. Bei der Baukosten-Website? Genau. Also das ist jetzt zum Beispiel ziemlich bekannter Anbieter Shopify. Da kann ich also sagen, ich muss jetzt den Shop nicht installieren, sondern ich habe zum Beispiel meine Website mit WordPress aufgesetzt und habe dann zu dieser Website noch einen Shop dazu und dieser Shop liegt in der Cloud. Hat den Vorteil, ich bin mit meiner normalen Website relativ flexibel. Ich kann da auch sagen, ich baue da noch irgendwie einen Blog rein, wo ich ein bisschen was über mein Unternehmen erzähle und die Shop-Funktion habe ich jetzt an den Cloud-Anbieter ausgelagert. Also das wäre so Level 3 der ganzen Geschichte. Okay. Level 3 von 4. Was musst du mit dem kostenmäßig rechnen dafür? Also das hängt jetzt wieder davon ab, welche Funktion ich dann nutzen will, jetzt von diesem Shopify-Anbieter. Also welche Zahlungsfunktion und welche so Zusatzfunktion es auch gibt. Also da muss ich auch wieder so einen Rechenschieber ansetzen und sagen, was brauche ich da alles und je nachdem berechnet sich auch der monatliche Preis dann da. Okay. Also WordPress und Shopify zum Beispiel als Cloud-basierter Shop oder Meet-Shop passen wunderbar zusammen. Kann man machen, also es hängt immer darauf ab, wie viel Know-how habe ich und wie weit will ich mich da so reinsteigern. Also wenn ich jetzt sage, ich bin so mit WordPress so relativ firm geworden, habe da vielleicht schon ein bisschen Erfahrung und will jetzt schnell einen Shop dazu machen, dann empfiehlt es sich durchaus auch mal so auf eine Shopify-Lösung zu greifen. Kommt wahrscheinlich auch auf den Umfang des Sortiments an, oder ob ich jetzt einen so Miet-Shop nehme oder einen eigenen Shop? Nicht unbedingt, also das ist das Schöne wieder am ganzen E-Commerce, es lässt sich skalieren. Also sowohl mit einem Meet-Shop wie auch jetzt mit einem WooCommerce-Shop kommen wir noch drauf. Kann ich sagen, ich verkaufe jetzt fünf verschiedene Produkte oder tausend verschiedene Produkte, also das ist relativ egal. Jetzt haben wir es schon ein bisschen vorweggenommen, was jetzt Level 4 ist. Okay, Level 4 ist dann, ich betreibe alles in Eigenregie. Ich habe also eine eigene Website, meistens mache ich die mit WordPress und baue dann in diese Website noch ein WooCommerce ein. Das ist also eine Funktionserweiterung von WordPress und habe dann unter einem Dach meine WordPress-Website und meinen WooCommerce-Shop. Also das wäre dann so der Level 4. Ich bin also maximal flexibel, allerdings ich muss mich schon ein bisschen auch mit Technik auseinandersetzen. Also ich muss das technisch pflegen, Updates und Sicherungen machen. Wenn ich das nicht kann, sollte ich dann auch vielleicht auf eine Agentur zurückgreifen, die das so für mich erledigt. Das muss ich halt so wissen, wo ist so meine Zeit und mein Know-how bei dem Ganzen. Warum muss man das immer wieder updaten? Was ist der Grund? Ja, die Welt ist böse. Also wenn du jetzt so ein System hast, egal ob jetzt irgendwie WordPress oder WooCommerce, es versuchen also andauernd Leute das System zu hacken. Ist gar nicht persönlich gemeint, das sind halt solche Bots, die werden programmiert. Bots sind? Automatisierte Programme und die sagen, ich suche jetzt in deinem Online-System eine Schwachstelle dringend da rein und mache dir deinen Shop kaputt. Also mit dieser Last musst du also immer leben, wenn du auf der Ebene selbst gehostet bist. Und dann musst du eben auch sagen, ich muss das natürlich sichern immer mal wieder regelmäßig. Wenn das Ganze gehackt ist, habe ich noch eine Sicherungskopie. Und diese Updates sind wichtig, weil das ist also so, man findet eine Sicherheitslücke, weil irgendein Bot da eingedrungen ist oder noch nicht. Und dann wird das Programm einfach geflickt. Dann heißt es, die Sicherungslücke machen wir zu, bis die nächste auftaucht. Das wird bei so einem Mietjob automatisch gemacht. Genau, da ist es die Aufgabe vom Anbieter zu sagen, also wenn ich jetzt irgendwie was gemietet habe, dann sagt dieser Mietanbieter, ich dichte das ab, ich sichere das. Und wenn du das halt selber hostest, dann musst du dich auch selber um diese Sicherungssachen kümmern. Okay, also kurz zusammengefasst, man hat mehr Möglichkeiten, wenn man alles in eigener Regie betreibt, aber man hat auch mehr Pflichten. Das heißt, man muss sich auch dann um die Updates und so weiter kümmern. Richtig, wie es halt im Leben so ist, in einen sauren Apfel musst du beißen. Okay, wenn man jetzt einsteigen will in dieses Thema mit Level 1 bis 4, man kann ja wahrscheinlich einfach wechseln, oder? Was ist dein Tipp, wenn man hier loslegen möchte? Also mein Tipp war auf jeden Fall im unteren Level anfangen, aber dabei auch die Typen kennen, denn gerade diese Baukassensysteme kannst du nicht so einfach exportieren und dann auf einem anderen Level übertragen. Das heißt, du musst wieder von neu anfangen. Ach so, okay. Also dann wirklich anfangen und sagen, ich probiere das mal mit einem Baukassensystem aus, bin ich damit zufrieden, kann ich auch dabei bleiben. Aber ich muss mal überlegen, wenn ich jetzt, sagen wir mal, einen Shop aufbaue mit 200 Produkten im Sortiment, vielleicht probiere ich die unteren Level erst mal so mit 5 bis 10 Produkten aus und steige dann auf einem höheren Level ein, baue es 9 und füge dann erst sämtliche Inhalte und sämtliche Produkte ein. Also es ist eher eine Sackgasse, so ein Mietshop ist nicht so flexibel. Es geht einiges, aber es ist auch wieder mit sehr viel Arbeit verbunden. Also hier muss man auch wieder genau gucken. Natürlich sind diese Shop-Anbieter darauf bedacht, also die Baukassenanbieter, dass du bei dem Baukasten bleibst. Und es gibt also keinen einheitlichen Standard, wo ich sagen kann, ich habe jetzt hier ein Baukastensystem und das ziehe ich mir runter und baue es dann wieder auf einem eigenen Webspace auf. Also das funktioniert nicht so ohne Kopfschmerzen. Okay, ja, danke für die Tipps, Bernd. Wenn ihr weiter dabei bleiben wollt bei unserer Serie E-Commerce So geht's, dann abonniert unseren Kanal, aktiviert die Glocke, dann werdet ihr automatisch erinnert, wenn das nächste Video wieder online ist. Ansonsten viel Spaß beim Ausprobieren, bis zum nächsten Video. Danke fürs Zusehen. Tschüss.